es wird star wars das heißt dass man schon nicht bewiesen der trete dabei eine drübe zu zerstören und laut geheimdienst gibt es da unten ein paar fabriken aber unsere großen sturmtruppen kommen da nicht rein ausgehend von der wärmesignatur dieses muss darunter eine fabrik sein die neutralisierung einer der fabriken könnte uns einen entscheidenden vorteil unsere scanner können die fabrik nicht exakt in der nähe ihrer position muss ein störsender sein zuerst muss der störsender deaktiviert werden anschließend bringe ich sie zu ihrem primärziel die kommunikation gestört sind da drin auf sich gestellt bis deaktiviert haben das signal ist ein scheiße kämpfer er ist aufgehauen geil was sind wir denn hier regel 17 immer vergemessen dass sie tot sind scharfschützenmodus extrem präzise extrem tödlich muss hier in der Mitte drauf ok ok wir müssen trotzdem noch zu anderen waffeln also warte hier aufbrechen los sind unterwegs platziere sprengnatz gesichert Achtung granate so weiter geht's dieser geruch sie ernten finder hart in der rohform hochexplosiv wo ist hier ach hier ist unsichtbar mauer ok zu oben ist ja noch einer ja 28 wie hier 4 finden sie den Stil unter uns sind Maschinen wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein das heißt wir müssen noch ein paar Bugs töten was sie mal einer an mehrere Ziele auf der Brücke eine gute Position für einen Scharfschützen ja super ja geh aus dem Scharfschutzmodus aus Mann so wir machen jetzt hier weiter komm ran so lang leck mich am Arsch noch einer weniger das hört sich nicht gut an da oben ist ganz schön was los der kriecht meine Freunde egal wer den Vacta Spender hier gelassen hat er hat einen Order verdient als ob überall jeder sind Vacta Spender da gelassen hätte ja und jetzt das doch unter so so mir gefällt es hier gar nicht was sind das für Dinger sie noch die Eier so scheint eine Art dieologische Brutkammer zu sein wenn du mit und du glaubst das sind Eier das ist das ist ja eklig das ist ja eklig und ich dachte schlimmer kann es nicht mehr werden boah ey das ist ja widerlich gehen sie in Position hin wir erleben ein Malz der Schätzchen in Aktion helfe mir schnell ja Schleim wer sitzt denn zwischen Kindern zwischen den eigenen Kindern irgendwie spreng besetzt das ist doch total unlogisch ja ja wir machen das ganze Eier ja platt so so wir heilen uns mal Magda Prozedur einleiten data ohne Magda mach aber und 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 kampfbereit die bestätten die kürzen uns ja ja jungs jetzt wurden das glaube ich aber auch wenn ich mal mehrere oder so er ist abgeschirmt die Konsole für den Schild muss hier irgendwo sein jetzt haben wir wieder geile manelorianische Musik der Störsender stört meine Sistik ist ja auch ein Störsender ich kann nicht schießen ach manch nein sieben der Störsender machen wir es von hier aus manöver abbrechen bombardieren sie von dort auf der anderen Seite des raums ist eine Schalttafel hacken sie das Terminal wenn dabei ich muss nachladen am anderen Ende des raums ist eine Computerkonsole ich muss den Schild des Störsenders deaktivieren so weg mit dem da Schilde deaktiviert sprengen wir den Störsender wir kümmern uns gleich darum nein steh auf sieben Mann zeigen sie was sie könnten um alle ganz scharf aufs sterben melde mich zurück bringen sie einen Sprengsatz am Störsender an platziere Sprengsatz x2 wieder einer ich brauche Deckung ich brauche Deckung ich brauche Deckung ich habe ein problem jungs nach 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 mann nicht mit mir nicht mit jungs schnell hier in aufhelfen oder fixer ich komme wieder moment befehle bei gott sei dank bringen sie einen sprengsatz am stürze ich muss nicht mehr schnell rüber so jetzt mach doch hier bringen sie einen sprengsatz am stürze an so das herz der maschine wir müssen weiter runter sind genau hinter hinten die wieder aufpassen ich habe vermehrte feindaktivitäten auf den sensoren auf der anderen seite des turms führen lüftungsschächte in die fabrik na klar meines wissens kommen sie über den turm nicht in die fabrik ich denke sie müssen sich etwas einfallen lassen ich sehe ein bachs die mit dem bachs das fixer das war es ich bin am verräter was das denn den zauberstab Scheiße! Warum hier Munition? Ja, helf ihm davor manch. Ja, glaub ich aber auch. Ich hab das Gefühl, dass wir nicht mehr hochkommen. Komm, du schaffst das. Jetzt kommt der Stab des Todes. Ja, wir sind tot, die Galaxi, das ist der Verdammte. Nein, der letzte Spielstand. Das ist ein Jojo. Aber trotzdem, nein. Ja doch, der letzte Spielstand. Jetzt müssen wir die Motion umbauen. Ja klar. Also. Ja, das machen wir schon. Ja. 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 Das ging ganz schnell. Das ging ganz schön. Da machen wir es von hier aus. Mit dem allergrößten Vergnügen, Sir. die europäische abschauen das ist noch ein kopf ziehen auf dem kopf Augen offen halten, Delta. Jetzt beliebt ihn noch wieder, Alter. Was ist denn das? Oh mein Gott. So ein Müll, ne? So, helf ihm hoch hier. Ja, mach doch einfach. Oh Mann, ey. Hört sich nicht gut an. Ich muss nachladen. Dann hab mal schneller nach. Delta Team. Ich glaube, wir haben das Delta-Dieter. Ich mach noch mal einen Schluck von meinem naturales Wasser. So, was hat das denn hier gerade eben? ich muss zurück. Ja, letzter Sprecherstand. Jetzt schaffen wir das. Ich glaub, wir müssen da einfach ein bisschen mehr mit Taktik reinwerfen. Auf der anderen Seite des Turms führen Lüftungsschächte in den Erklang. Meines Wissens kommen Sie über den Turm nicht einfach weg. Ich denke, Sie müssen sich etwas einfallen. Ich lass mir ganz viele Sachen einfallen, Luke. So. So, einer geht wirklich da hin. Ach so, flankiert das neue Ziel. Was ist denn? Kämpfer, haltet ihr auf dem alten Delta. Wir gehen jetzt, wir stellen jetzt mal jetzt vor. Wir haben auf der Brücke eine Barrikade errichtet. Verziehen wir da doch einen Sprengsatz. Geh doch einer da hin, Mike. Oh ja, durch. Wie kann man die denn am besten besiegen? Ich bin auf den Arsch, auf den Arsch. Auf den Arsch, meine Freunde. Oh scheiße, Alter, was ist nicht hier los? Oh, Alter. Wer hat denn einen Kammerleger bestellt? Der Bruder muss los, ey. Das wäre ganz dumm von mir. Oh, Leute, leid. Ach, echt? Ah! Boah, was ist das denn? Alter, kann man die überhaupt besiegen? So, warte mal. Hier, wo war das hier? Äh, von dem Waderschein sind wir ja ausgestellt. Jetzt hätte ich Tipps brauchen können. So, nein, nein, bloß nicht. Letzter Spielstand, ja. Möchte ich so richtig machen. Auf der anderen Seite der Turms führen Hüftungsschächte in die Fabrik. Meines Wissens kommen Sie über den Turm nicht in die Fabrik. Ich denke, Sie müssen sich etwas einfallen lassen. Das denke ich aber auch. So, halt doch jetzt immer. Wir haben jetzt hier Losianer. Los, los! Achtung! Flankiert das neue Ziel! Deckung! Eine Nacht der Händen! Konzentriere mich auf Ziel! 6-2 hat der Wicht! Augen offen halten, Deltas! Wir machen Sie alle, Deltateam! Alles klar, Sir! Schaufschützenstellung einnehmen, Kommando. Durch haben auf der Brücke eine Barrikade errichtet. Platzieren wir da doch einen Sprengsatz. Ich hätte hier gerne einen Neufel war das. Platzieren wir Sie an, Sie da einhalten. Vorsicht vor Ihren Lasern! Ich bekomme mir gleich einen Abfall. Oh mein Gott, ey! Was ist das denn, ey? Ja, Moment, Sir. Ja, der wird jetzt eh krepieren. Wir können zurückrufen. Moment, letztens nicht bei mir. Ne, der würde das jetzt eh nicht schaffen. Wir sollen ihn also flankieren, den Arsch. Ja, ja. Dann haben wir verstanden. So. So, einer dahin. Einer dahin. Achtung! Flankiert das neue Ziel! Der Kuh! Dort, Schwer, sich! 07, bis da insatzbereit. Medikament, ein paar Kräger! Angreifer, eliquidiert! Was da am Beifel war das? Die und Ozeanischen, die da einhalten. Vorsicht vor Ihren Lasern! Zeigen Sie, was Sie können, Kommando! Gehe, ich auf die Führung! Als ob die sofort sterben würden. Ich bin bereit. Von hier haben wir freies Schussfeld. Durchhalten, Delta. Erledigen wir sie von hier, Delta. Nehme Position ein. Sie haben auf der Brücke eine Barrikade errichtet. Erziehen wir da noch einen Sprengsatz. Deckung. So nah geschützt am Ende der Brücke. Oh, let come you. Oh, let come you. Sprengung stoppen, Delta. Ja. Scheiße, meine Kita-Chefs geschützt da vorne nicht. Mach doch jetzt hier mal eine Scheiß Sprengung, Junge. Alter, ey, Fixer. Du musst aber so nichts gebrauchen. So. Mein Gott, ey. Weiter, Delta. Ich bin gerade die Teile umstrukturierung. Obwohl die beiden sind immer da. Merk ich schon hier. Ich bin gerade vorant. Fixer hat der Mist. Durchhalten, Delta. Ein weniger. Los. Position ändern, Delta. Oh, let's do that. Genehmigen Sie sich etwas, Bacta. Hole Bacta. So, den kümmern wir uns hier. Schön im Kopf erwischt. Boah, lecker Mio, ey. So, guck mal hoch, ihr Scorch. So, ich hätte ja das Spiel ein bisschen einfacher in Erinnerung. So, eine Mal nach der Hände, bitte. Ein bisschen um, Delta. Ich möchte nicht, dass da wieder einer hier mit dem Stab kommt. So, Ränder. Spawnt einfach vor mir, da der Striche. Nur sterben, ja. Schiss. Oh, zack, ja, landen. Ja. Einfach durch die Wand, ne? Durch dich, Alter. Durch die Hübschen wieder. Da kommen wir nicht rüber. Wir müssen uns wohl eine eigene Brücke bauen. Eine gut platzierte Bombe am Fuß des Turms und schon haben wir eine Brücke. Ich hätte hier gerne ein Loch, Delta. 4-0 bereitet Sprengsatz vor. Noch in Deckung. Gleich habe ich gesagt. Ich hoffe, die kriegen das jetzt auch mal alleine hinter. Die Wurde ist scharf, auf den Zeichen, Sir. Eine weniger. In Deckung. 4-0 ist Geschichte. Haben wir genug genommen? Was wollen wir mehr? Gute Arbeit, Deltas. Die Fabrik ist gegenüber ihrer aktuellen Position, Deltas. So, das ZF kommt auch. Gut. Die Fabrik ist auf der anderen Seite dieses Lüftungsschachts. Los! Oh, heilige Mutter Gottes. Ähm. Ja. Wir machen das. Das kommt noch an diesem Part. Zerstörung der Fabrik. Das Delta-Team hat einen Zugang gefunden und ist in die Fabrik vorgetragen. Doch es wird nicht leicht sein, die Mission zu binden. Mehrere wichtige Komponenten müssen identifiziert und zerstört werden, um der Druiden-Produktion einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Das sollten wir schaffen. Gehäntekung. Dann werden wir keine Druidikas finden. Das ist schon ganz gut. Weil, ich glaube, die könnten uns ein bisschen Ärger machen. Ich würde da gerne lang gehen, aber ich lasse es lieber. Ich bin schon ein unsichtbarer Mauer. Bäh. Oder fast gerunderegert und gestorben. Boi, Jungs. Wir stürmen. Ja, jetzt. Lass ihre Sprengsatz. Mal ran. Was ist Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot? Der soll der Sprengstoff-Experte sein. Alles scharf, Boss. In Dekon. Ja, genau. In Dekon. Ja, die kämpft sich gegen so einen Scheiß. Springbeuter mit dem Zauberstab. Ich glaube, ich bin jetzt mal bei der Handfeuer. Anreiber eliminiert. Lauf an den Schuss. Komm mal auf den Kopf, ziehen wir. Lauf an den Kopf, ziehen wir. Lauf an den Kopf, ziehen wir rein, leise. Ich brauche Feuerschutz. So. Wir müssen ja gleich nicht das ganze System hier kontaktieren, dass wir da sind. Von mir aus kann es losgehen wieder. Guter Schutz. Ihre Trefflichkeit ist bemerkenswert. Oh, 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 oh. Was ist das? Ja. Na, weg geht's nicht. Begut. Sechs Zeuerboden. Vorsicht vor dem Blaster. Toll. Oh Mann, ich habe mir noch diese Scheiß. Ich bin bis zum. Hochs Nachlagen. Brauch mich erwärtert. Bagda Prozedur. Wir machen sie alle Deltativen. Ah. das machen wir jetzt kurz überlegen blaster ohne munition nur noch diesen ein handfreier blaster er wäre genug feiraum um es zu erledigen schaden ich weiß es gar nicht er ist damit im handverblaster kommt da nicht weiter wo ich es nicht verstehe von dem war das schon kaputt ja was würde ich jetzt in der handgranate machen der part wird ein bisschen länger versuchen wir es mit sprengstoff deltas wenn unterwegs der sprengstoff-experte sein mann zurück das hier können wir mal nur die handvoll bis heute nehmen ja als ob die mich sofort umlegen die flussend ja hätten da war so so Was hätte ich gesehen? Hätte ich die Dinger mal vorgesehen? Naja. Also die Jungengranaten wären tatsächlich gar nicht schlecht, aber naja. Wir hacken vor uns jetzt rein. Ich deck mal den Rücken hier, man weiß ja nie. Ich brauche Feuerschutz. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdadelta? Ja Sir, bin unterwegs. So. Grün heißt los. Viel besser. Oh, leckum, jo. Wie verhältn wir? Ah, eben nur Ausschüsse. Da ist wieder so einer. Und hier kriegen wir sie nicht. Wir sind die erste Stromleitung. Wir müssen weiter runter. So. Nehmen wir jetzt richtig Spaß? Was? Vor einem Fixer geschossen. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Geh in Position, Boss. Meine Stiefel sind voller Schleim. Knacken wir das Terminal, Delta. Kein Problem, Team Leader. Neh. Ich hab's gleich. Ich ist wohl tot. Netzwerke hekt, Sir. Delta 4.0 ist wieder fit. Jeez. Ich hab' jetzt aufgesammelt. Ah, oh I, ladies. Recaled. So. Okay, wir haben wir fünf, diese Sization über ... sie aber für die himmel und meint weil wenn weder mich jetzt brauchen so los 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 superkampf drogen verdammt das ist die zweite stromleitung wenn sie im weg stehen kann ich meinen doch nicht machen in deckung so so abgeschlossener irgendwie was nichts versteckt oder so und will sie nicht oben nehmen sie sind war das Ding kaputt oben? Geil! Konfederationstück. Und Speichpunkt wird gespeichert. Andere geht mal da hin. Und so. drüben auf der anderen seite der schiefer so pizza wenn ich scotch weiß so einer geht mal da hin schalten sie sich von dort aus der dr jetzt ist es hätten sie die verdammten protokolle rechten das schlauter jetzt weg zu gehen ja ich habe ein bisschen Angst mehr zu sein ok ja ha 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 die können sich mal um die kümmern, das sollten sie ja nicht hinzukriegen. Nein, was ist denn los mit dir da oben, oder? Das ist nichts Besseres, was ist dir von meinem Kopf. So, meine Fliege. Bist du, weil es nicht weg ist. So, ähm, hm. Oh, hallo. Bruder, muss los, ey. Wieder sterben, ne? Produzieren die wöchentlichen, oder so? Der Bumms, Alter. Laut meiner Sensorin steht die Fabrik. Los, Team, verschwinden wir. Also, jetzt hier durch. Offiziell ist. Mein Weg gibt es eigentlich nicht umsonst. 3-8 an Berater, wir müssen hier raus, schnell. Ah! Wo sind sie gerade? Was haben Sie? Schön, dass ihr vorbeischaut. Vorstoß zum Kernschiff. Jetzt, da die Fabriken offline sind, muss das Delta-Team durch den feindlichen Gebiet vorringen und ein nahegelegenes Separatistenschiff entern. Irgendwo an Bord befindet sich dort die Stadt kurz für die gesamte Kernschiffflotte. Ja, aber das erfahren wir erst im nächsten Part, wenn es wieder heißt Star Wars Republic Commando. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal.